St. Nikolaus, die Stiftungskirche der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, wurde am vergangenen Wochenende feierlich wieder eröffnet. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist die Kirche nun barrierefrei. Und dort, wo bisher ein ausgrenzendes Altarbild aus der NS-Zeit zu sehen war, öffnet nun ein großes Glasfenster den Raum nach draußen. In einer Prozession wurde die Kirchenausstattung wie Kreuz, Bibel und Taufschale wieder in die Kirche hineingetragen. Bischöfin Kirsten-Fers sagte in ihrer Predigt zur Wiedereröffnung, die Kirche St. Nikolaus in Alsterdorf ist ein heller Ort geworden, der mit seiner neuen Architektur ausstrahlt, dass jeder einzelne Mensch willkommen ist. Für Pastor Uwe Lemetzko, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, wird St. Nikolaus künftig nicht allein Heimat für Gottesdienste und Andachten sein, sondern auch eine stärkere Verbindung in den Stadtteil Alsterdorf und die Stadt Hamburg schaffen. Viele prominente Gäste erfreuten sich letztes Wochenende an der hellen, sanierten Kirche.